Jeder Patient bekommt die persönliche, mobile Nummer des Chirurgen, damit er in jeglichen Zweifel, bei jeglichem Notfall den Chirurgen kontaktieren oder verständigen kann. Und das gilt 24 Stunden nach der Operation, sowohl tagsüber als auch in der Nacht. Das Gefühl der Sicherheit nach einem Eingriff ist extrem wichtig und das ist auch ein Teil unserer Philosophie.